Am heutigen 30. Mai 2022, Relegationsspiel um den Verbleib bzw. um den Aufstieg, je nachdem, in die Verbands-Oberliga-Spitzen-Ainzel. Linkshänder Stefan Plattner schlägt auf für Todka-Fädrich 2 gegen Hollan, Pavel Hollan, Hogendorf. Next. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Thank you. Danke. 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja. Sollte. Bravo! Halt. 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 Gibt es nicht, das gibt es doch nicht. Hau! 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 Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ja.